Es war total spannend für Autoren auch zu sehen, was sich da bewegt und wie Verlage und Buchhandlungen sich jetzt für die Zukunft vorbereiten. Ich denke, da können Autoren auch ein bisschen davon profitieren, dass es demnächst auch E-Books und andere Möglichkeiten gibt, aber Partner sollten weiterhin Buchhandel und Verlage bleiben.